Wenn ihr die Lippen haben wollt, aufgepasst. Ihr braucht basically gar nichts dazu, außer ein Augenbrauenstift, Labello und Lipgloss. Ich mache zuerst immer ein bisschen Labello drauf, einfach dass die smooth werden. Und jetzt der Augenbrauenstift, damit umrandet ihr eure Lippen. Und das sieht schon geil aus. Ich habe jetzt ein bisschen hier und hier und hier und hier gezeichnet. Ah, toll. Und das ist es. Wow.